Hallo zusammen! Möchtest du mit dem erweiterten Team Wiesner zusammenarbeiten? Wir suchen Verstärkung und zwar in Bochum im Ruhrgebiet. Fotohama, mit dem Team von Fotohama zusammen planen wir ein großes Projekt, das dann hoffentlich sehr erfolgreich ist und über Jahre geht. Und dafür sucht Fotohama eben Verstärkung. Das heißt, du wärst bei ihnen angestellt, arbeitest dann aber mit uns zusammen in Bochum, nicht hier in der Nürnberger Heide. Ich lese mal vor. Und zwar suchen wir einen, also nicht wir, sondern Sie, einen Frontendentwickler für WordPress, also Webentwickler, Online-Marketing-Social-Media-Manager, Redakteur für Fotografie, Themen und Tests, E-Commerce-Kaufmann, Customer-Service-Manager. Das sind so die Stellen in beliebiger Kombination und so weiter und so fort. Ich verlinke das alles Weitere mit den Infos, was, wo, wie bewerben, dann halt eben in dem Link. Zu dem Projekt selbst kann ich hier an dieser Stelle leider noch nicht viel sagen. Das ist alles noch nicht ganz unterschrieben, aber quasi in einer Kurzvorunterschrift sozusagen. Und dann wird es hoffentlich noch diesen Herbst starten. Hängt natürlich davon ab, auch ob du der richtige Mann oder die richtige Frau für das Team Hamer bist, weil ohne zusätzliche Manpower schaffen wir das nicht, weil, wie gesagt, eine größere Sache. Würde mich also sehr, sehr freuen. Und worum es genau geht und so weiter und so fort, dazu dann demnächst mehr in den Wiesner News und so weiter. Also, falls du dich bewirbst, alles Gute.